Vor zwei Tagen wurde Präsident Udo von einem Einsatzkommando getötet. Und dennoch können Sie nicht beweisen, dass wir nicht beteiligt waren. Macht Ihnen das keine Sorgen? Nein, Sir. Es erschreckt mich. Sie müssen das in den Griff kriegen, Jack. Ja, Sir. Was wirst du ihm erzählen? Die Korruption reicht weit über die CIA hinaus. Hey, Kumpel. Sag Hallo. Ich dachte, wir könnten etwas Hilfe gebrauchen. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Such alles raus, was du über Domingo Schabes findest. Laut Unterlagen sind sie womöglich die tödlichste Einsatzkraft, die je in Diensten der CIA stammt. Ich muss rausfinden, wer hinter all dem steckt. Und um ehrlich zu sein, habe ich nur sie. Sehen Sie? Jetzt werde ich rot. Was ist hier das Ziel? Konvergenz. Die Fusion eines Drogenkartells mit einer Terrororganisation. Die können alles transportieren. Menschen, Waffen, Selbstmordattentäter. Unbegrenzte Ressourcen gepaart mit unendlichem Hass. Solange ich am Ruder bin, jedenfalls nicht. Die Welt ist ein Spielfeld mit wechselnden Einflüssen. Nichts als Giftschlang außerhalb dieser vier Wände. Sie haben keine Ahnung, wer diese Leute sind. Ich werde sie sicher bald kennenlernen. Jack riskiert da draußen sein Leben. Ich wollte schon immer ein Federal sein. Die CIA war die zweite Wahl? Die vierte. Jack, wo zum Teufel seid ihr? Willst du es wirklich wissen? Was hat er gesagt? Er hat aufgelegt. Typisch. Versagen, was hat er acontecer. Soition, was hat er daran gemacht. Glückwunsch. Ich hatte пар могут eine